Niko Nikoeski, Ladies and Gentlemen, Kevin ist einer von euch. Straight Outta Dortmund, quasi ein Homerun hier. Also, zweieinhalb Minuten, Kevin. Auf der Pedale habt ihr gerade die Mitgekrieg. Ihr dreht ja gerade auf der Pedale. Aber die Judges haben das auf mich gesehen. Also, heute ist das Konto voll. Also, Leute, der Kerl gibt die Schnee hier. Kevin Nikoeski aus Dortmund, Leute. Die Moke ist natürlich auf genauer Zeit. Das ist 8, Kevin Hopp, der zählt, Entschuldigung. Achtung, den Kamer, pass auf jetzt, Achtung. Achtung, jetzt kommt er. Der Spruch, Achtung. Und samt. Achtung, komm mal. Was ist denn los? Kevin, Dortmund, den Mund abdrehen. Mach doch mal eine Exkrieg, bitte. Türen keine Kuss, die Leute. Geh mal den ab, das ist der jüngste Fahrer, der jüngste Fahrer hier am Feld. Und er macht den ganz Kuss für uns dauernd schon in Korea noch. Und es ist liegen. Zack. Okay, okay. Fast track, fast track, fast track. Kevin, Nikoeski. Wie lange hat er noch? Eine Minute. Kevin, du hast doch genau eine Minute. Also alle zwei in der Welt. Eier. 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 So. Entschuldigung, Mr. Kato, sorry. So, Kevin, deine letzte Schock hier. Da ist er. Schau mal, der Schöne. Super Dings. Der Schock hier, der Schock hier. Jawoll Leute und Leute, das ist doch mal Felix Treppen vom Allerfeind und das wird ein Mann von euch, Kevin Nikulski Leute und Ängsel.